Nach dem Erstgespräch hat man mir angeboten, dass ich in dieses Projekt Wohnungsstatt Parkbank rein darf. Ich habe aber 18 Monate auf die Wohnung warten müssen. Hätte ich mich für Meppen entschieden, hätte ich weniger als 18 Monate warten müssen. Aber weil ich genug Leute kenne, die sozusagen eigentlich mein Tod wären, habe ich mich dazu freiwillig entschieden. Keine Wohnung in Meppen, sondern lieber außerhalb wie in Haselünder. Und ich bin dann auch sehr, sehr froh darüber, dass es geklappt hat, dass ein Großherrmieter der Caritas für mich eine Wohnung zur Verfügung gestellt hat über dieses Projekt. Und ich bin seit vier Jahren jetzt in dieser Wohnung und ich bin sehr, sehr froh darüber. Die Wohnung war schon möbliert. Ich brauchte außer jetzt mein eigenes Federbett, brauchte ich sonst nichts Großartiges außer meine Klamotten. Einmal im Monat kommt die Caritas bei mir vorbei, um nach dem Rechten zu sehen. Dann wird auch gleichzeitig alles Mögliche noch weiter besprochen. Für meine Zukunft wünsche ich mir Gesundheit ohne Alkohol, Arbeit, dann Wohnung, eigene Wohnung, dass ich von meinen Altlasten Sachen Schulden befreit werde und damit ich mir auf diese Art und Weise auch ein neues Leben gestalten kann, was für mich sehr, sehr wichtig wäre. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.